Es ist mal wieder soweit, meine lieben Freunde. Mittwochnachmittag bedeutet OneFootball Q&A. Oder wie ein weiser Mann einst sagte, feel the rush, oh, feel it in the air. Keep on moving forward and look with no dare. Richtig, das war Shaggy's Hymne zur EM 2008, gesungen im Jamaika-Trikot. Bekanntlich Rekord-Europameister. Ja, das war's für heute. Eure Fragen, unsere Antworten, das ist dieses Format. Und eure Fragen stellt ihr am besten, wie immer, im OneFootball Community-Tab. Der Post geht inzwischen so früh raus. Dienstagvormittag kann man, glaube ich, ja, Dienstagvormittag, kann man, glaube ich, sagen. So, legen wir los. Swifty Chris, und ich muss vorher schon mal sagen, wir haben heute, ich glaube, eine Person mit drei Fragen und eine Person mit zwei Fragen. Und jetzt könnt ihr sagen, warum immer dieselben, warum immer dieselben? Und die Antwort ist, ihr rankt die zu sehr hoch. Das ist ja eure Schuld, ne? Wenn die Leute gute Fragen stellen, dann kommen sie eben durch. Generell haben wir aber viele, viele Leute, die hier schon vorgekommen sind. SwiftyChris42 fragt, wie rankst du das neue DFB-Auswärtstrikot ein? Ja, das neue DFB-Auswärtstrikot wurde ja gestern der Öffentlichkeit vorgestellt. Es ist ein Blackout-Jersey. Bedeutet, es ist A, schwarz und B, sind auch alle Applikationen schwarz, wie der DFB-Logo oder die vier Sterne. Und alles, was du sonst noch so drauf brauchst. Das Einzige, was Farbe hat, ist die Deutschlandflagge am Ärmel. Und guess what? Die Deutschlandflagge am Ärmel ist das, was mir am wenigsten gefällt. Das liegt weniger an der Deutschlandflagge, als einfach, dass ich finde, dieses Trikot wäre schöner, wenn es ganz schwarz gewesen wäre. Und ich auch finde, der Bund an den Armen, dieses sehr, also deutlich engere als der Rest, gefällt mir einfach optisch nicht so prinzipiell. Aber finde ich es ein hervorragendes Deutschlandtrikot. Ich fand ja das zu EM 2018, fand ich ja heim- und auswärts schon sehr, sehr schön. Und das rankt in derselben Kategorie für mich. Ist ein super Trikot. Ich finde den Ärmel nicht ganz so toll. Aber ich finde es definitiv, definitiv deutlich nicer als das Heimtrikot. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt. In meinen Augen, wenn du richtig schönes Trikot machen willst, machst du einfach mal außer der Reihe so ein Blackout-Jersey. Und das wird gut aussehen und gut laufen. Und ich bin mir relativ sicher, dass das dem DFB damit auch gelungen ist. Also ich finde es gut. Ich gebe schon 8 von 10 mindestens. Finde ich einfach ein schönes Trikot. So, dann haben wir einen Q&A-Veteranen mit der nächsten Frage. MC Butterbirne. Let's go, MC BS. Wie immer am Start mit der Frage, ist Goretzka vielleicht schon besser als Kimmich? In was? Bankdrücken? Ja. Größe? Ja. Leon heißen? Da ist er deutlich besser. Deutlich besser. Da habe ich jetzt schon ein paar Mal auch von Leuten intern gehört, dass, wenn es darum geht, wer besser Leon heißt, da hat Kimmich wohl gar keine Chance gegen Goretzka. Und ansonsten als was? Ich meine, die beiden spielen ja nun nicht dieselbe Rolle im Mittelfeld. Und deswegen finde ich es schwierig, die zu vergleichen. Ich würde aber sagen, dass Goretzka in großen Schritten in Richtung Weltklasse unterwegs ist. Und ganz im Ernst, ich finde auch, wenn jetzt jemand mir erzählt, warum Leon Goretzka Weltklasse ist, dann glaube ich nicht, dass ich mir einen Anwalt nehmen muss, um dagegen zu argumentieren. Weil ich schon der Meinung bin, dass Leon Goretzka in den letzten Jahren Riesenschritte gemacht hat. Joshua Kimmich allerdings ist halt von einer ganz anderen Wichtigkeit auf dem Feld. Das ist nämlich ein geborener, geborener Anführer. Haben wir schon tausendmal gesagt. Ich habe darüber gestern nachgedacht. Wenn ihr mal überlegt, wer in euren Jugendmannschaften so die absoluten Anführer waren. Jeder von euch hat wahrscheinlich direkt einen Typen im Kopf oder einen Mädel. Die Anführerin, die Spielführerin. Und diese Typen sind eigentlich nicht die talentiertesten. Selten. Ganz im Gegenteil. Es sind häufig Leute, die über klare Ansprachen, über Zusammenhalt ihre Rolle im Team manifestieren. Und deswegen wichtig sind. Und diese Typen schaffen es selten in dem Profibereich. Weil sie eben nicht talentiertesten sind. Weil sie schon früh in der Karriere gemerkt haben, ihre Stärken liegen woanders. Und deshalb sind Anführer, diese Natural Born Leader, so besonders, besonders wertvoll im Profibereich. Und das hat Joshua Kimmich. Und deshalb, vielleicht ist Leon Goretzka in seiner Rolle als Box-to-Box-Mittelfeldspieler. Sicherlich ist einer besser als Joshua Kimmich. Als Anführer und Anker des Defensive Mittelfelds. Allerdings ist Kimmich viel, viel wichtiger. Und deshalb, zusammen ist die Antwort. Gemeinsam werden die beiden richtig gut. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Goretzka... Also wenn du mir jetzt sagst, dass ich mir einen von beiden aussuchen kann, dass er zu Eintracht Frankfurt kommt, dann nehme ich Kimmich vor Goretzka. Dann bin ich mir relativ sicher. René Trüe fragt. Wie ist deine Meinung zu den Champions-League-Viertelfinals? Eine kurze Prediction auch zu den Halbfinals. Und Finale würden mich interessieren. Gehen wir es doch einfach mal durch. Manchester City gegen Borussia Dortmund. Da glaube ich, trotz Pep Guardiola und seiner bekannten Schwäche in K.O.-Phase in der Champions League, habe ich da City vorne und denke, die werden sich durchsetzen. Ich glaube, das ist einfach eine Nummer zu groß für den BVB derzeit. Da also City. Boom. Porto gegen Chelsea. Das wird Thomas Zuchel und die Chelsea-Boys machen. Porto hat eine coole Mannschaft, einen coolen Kader, wie eigentlich jedes Jahr. Und für Porto ist ja das jetzt schon ein großer Erfolg für den Finale, glaube ich. Da machen wir uns nichts vor. Es gab natürlich immer diese eine große Überraschungsmannschaft, die bis ins Halbfinale vorträgt in den letzten Jahren. Oder häufig. Doch trotzdem habe ich hier jetzt Chelsea vorne und gehen mit den Favoriten. Dann haben wir Bayern gegen Paris Saint-Germain. Da ist für mich Bayern die Favoriten. Auch aufgrund der Vergangenheit. Da setzt sich also Bayern durch. Und dann haben wir Real gegen Liverpool. Und da habe ich einfach nur, wie der besseren Gewissens, das Gefühl, dass Real Madrid sich da irgendwie durchmogeln wird. Und dann haben wir die Halbfinals City-Chelsea und Bayern-Real. Das heißt, wir haben ein englisches Duell und wir haben die Bestia Negra gegen einen der größten Widersacher der letzten zehn Jahre. Oder eigentlich eine der größten europäischen Rivalitäten. Denn die beiden ärgern sich nun wirklich schon länger gegenseitig. Und wen haben wir da vorne? Bei City gegen Chelsea würde es mich nicht überraschen, wenn Chelsea es macht. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es mit Thomas Tuchel, das könnte dieses Jahr weit gehen. Außerdem, die Bahn ist ja auch irgendwie da jetzt. Man muss nur City und Porto schlagen und dann ist man einfach im Finale. Ich gebe Chelsea, gerade so kommt Chelsea durch und bei Bayern gegen Real glaube ich wirklich, dass Bayern wieder weiterkommt. Und dann wäre das Finale Bayern gegen Chelsea und dann wäre Bayern wieder Champions-League-Sieger. Aber ihr wisst ja auch anhand meiner Prognosen, die ich hier seit fast vier Jahren inzwischen tätige, höchstwahrscheinlich ist das genaue Gegenteil der Fall. Und das Finale heißt am Ende Dortmund gegen PSG. Die haben ja auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Dark Eagle fragt, welcher Rekord im Fußball scheint für immer bestehen zu bleiben oder bestehen zu können? Jetzt habe ich nicht irgendwie alle Rekorde mir angeschaut, die es so gibt. Warum nur? Einer der Rekorde ist natürlich der von Kollege Pelé mit seinen Pflichtspieltoren oder Toren in seiner gesamten Karriere. Besser sollte man sagen Toren in seiner gesamten Karriere. Denn die Wahrheit ist, dass man bei Pelé das Gefühl hat, der hat seine Tore auch mitgezählt, die er bei Bobo Fuego in der Soccer World gemacht hat. Oder wenn er seine Katze getündelt hat, hat er das als Tor gezählt. Und deshalb habe ich mal ein bisschen einfach nur geguckt nach Deutschland und ich glaube, da ist einer der Rekorde, die für immer bestehen bleiben, ist der von Tasmania. Wir sehen mit Schalke gerade eine historisch schlechte Mannschaft. Und die sind jetzt schon punktgleich oder haben einen Punkt mehr. Tut mir leid, wenn ich das nicht so genau weiß. Aber ich glaube, dass man den Tasmania-Rekord, das ist kaum vorstellbar. Ihr wisst ja alle, die Umstände, unter denen Tasmania überhaupt Bundesliga gespielt hat, waren ja solche, dass sie kein Bundesliga-Team waren und dementsprechend auch auf den Dez bekommen haben. Aber ja, der Tasmania-Rekord ist für mich unknackbar. Dark Eagle macht, wie die Eintrachter gegen Union, den Doppelpack innerhalb von kürzester Zeit voll. Denn hier kommt die zweite Frage von ihm direkt hinterher. Was war dein größter Heartbreak als Fußballfan? Ich habe darüber, ich musste jetzt länger nachdenken. Und natürlich war der Eintrachter-Abstieg 2012, war eine schwierige Geschichte, die Rückrunde der Schande. Und das war schmerzhaft. 2002 habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, das WM-Finale hat mir wehgetan. Aber ich glaube ernsthaft, mein größter Heartbreak könnte das Halbfinale 2006 gegen Italien gewesen sein. Da habe ich ja schon mal gesagt, habe ich ja auch geheult damals. Das hat mich wirklich fertig gemacht. Das ist wirklich die Welt zusammengebrochen für mich. Und ich glaube ernsthaft, dass ich wegen eines Ergebnisses im Fußball nicht so traurig war mein Leben lang. Könnte wirklich sein, dass es das war. Man war auch noch jünger und war anders dafür empfänglich und hatte weniger ein Gefühl dafür, dass es in vier Jahren das nächste Turnier ist. Das hat sich so angefühlt, als wäre da der Boden und den Füßen weggezogen werden. Als wäre uns alles genommen worden, was ging. Was natürlich Quatsch war. Aber ich glaube, es war das Halbfinale 2006, dass ich beim Public Viewing im Wiesbadener Kurpark geschaut habe. Schaut an alle, die auch da waren. Und bitterlich geweint habe. Bitterlich geweint. Und da sind wir bei der Frage des Tages, präsentiert von OneFootballs Partner der Deutschen Vermögensberatung. Und wenn jetzt dein Name kommt, dann hast du einen Monats Sky-Ticket gewonnen. E-Mail an feedback.onefootball.com, in der man sieht, dass es dein Account ist. Und dann kriegst du alles Weitere zugeschickt. Und die Frage kommt von Henrik Schmidt. Findet Timo Werner noch in die Spur? Oder hat er schon in die Spur gefunden? Ist wichtig für das Tuchelsystem, aber man erkennt es nicht? Fragezeichen. Also, meines Wissens ist Timo Werner zweitbester Torschütze und bester Assistgeber bei Chelsea und hat die meisten Torbeteiligungen. Und ist elementar wichtig für das Tuchelsystem. Ich finde, wenn man die Chelsea-Spiele guckt, dann sieht man schon, wie unglaublich wichtig er ist. Und wenn man die Chelsea-Spiele guckt, dann sieht man auch, da ist noch ein kleiner Knoten irgendwo. Und wenn der mal richtig platzt, Timo Werner könnte jetzt auch schon, ich weiß nicht, ich glaube, der hat sieben, sechs, sieben Tore insgesamt erst. Aber ich glaube, er könnte halt auch schon zehn in der Premier League haben, wenn er seine Chancen richtig genutzt hätte. Und ich habe das Gefühl, da steht ein Knotenplatz da noch bevor und dann ist er noch wichtiger. Aber ich möchte mal sagen, er ist Topscorer bei Chelsea. Eine Mannschaft, die unter Thomas Tuchel sehr, sehr gut spielt und sehr erfolgreich spielt. Eine Mannschaft, die im Viertelfinale der Champions League steht und Chancen hat, ins Halbfinale einzuziehen. Und er ist dort Topscorer. Also, viel mehr muss man da, glaube ich, nicht sagen. Thomas Tuchel, das Coaching von Thomas Tuchel, das hat ihm definitiv gut getan. Ich finde, man merkt, dass er ein anderes Selbstvertrauen hat. Und mein Gefühl bei Timo Werner ist, dass er immer mehr bei Chelsea ankommt, immer wichtiger wird und ich glaube wirklich, ja, ich glaube, er hat den Transfer zum richtigen Zeitpunkt gemacht in seiner Karriere und dass die erste Saison kein Butterschlecken... Butterschlecken, das ist ja ekelerregend. Das ist ja ekelerregend. Wie viel Butter könntet ihr essen? 500 Gramm? Bah! Bah! Wer von euch auch immer gerade gesagt hat, Alter, ihr könnt 500 Gramm essen. Bah! 100 Gramm, aber gerade so. Ei, 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 ei. Schwierige, schwierige Geschichte. Naja, ich finde auf jeden Fall, dass man bei Timo Werner eine Entwicklung sieht. Ich finde, man sieht ein Erwachsenwerden in seinem Spiel in den letzten Monaten und ich glaube, dass er bei Chelsea noch richtig, richtig wichtig wird und ich glaube, dass er mit Thomas Tuchel einen Trainer hat, der ihm da sehr, sehr gut tun wird. Und dann muss man auch mal sagen, dass Timo Werner erst Nagelsmann, jetzt Tuchel, der hat schon mit seinen Trainern, hat er schon ein paar gute Leute gehabt, die auf ihn bauen und das kann einem jungen Spieler nur helfen und ein gutes Beispiel dafür, was einfach, weil er spielt ja eine andere Rolle jetzt bei Thomas Tuchel und das zeigt einfach, was gutes Coaching so ausmachen kann. Ja, das war es also, die Frage des Tages, präsentiert von der Deutschen Vermögensberatung und weiter geht's mit der Nächsten. Ein absoluter, absoluter Q&A Veteran, ein absoluter Veteran dieses Formats ist natürlich der gute Tim Borowski und der fragt, was wird aus Freddy Bobic? Bleibt er noch ein Jahr oder geht er diesen Sommer zu Hertha und wäre Schweinsteiger ein guter Nachfolger? Ich denke, Freddy Bobic wird diesen Sommer gehen. Ich glaube, man kann da jetzt einfach auch mit Fug und Recht sagen, dass die Beziehung zwischen Eintracht Frankfurt und Freddy Bobic abgeschlossen ist, soweit, dass beide bereit sind, beide Seiten sehr bereit sind, dafür sich weiter zu bewegen und ich würde auch stark davon ausgehen, dass er zu Hertha geht, wird sich da auf eine Ablösesumme einigen müssen, wie auch immer die aussieht. Das ist am Ende nicht so wichtig, ich bin mir nämlich sehr, sehr sicher, dass er geht. Wie gesagt, A, da die Eintracht weiß, okay, es geht nicht weiter mit ihm, dann bin ich der Meinung, dass es auch besser ist für jeden Fußballverein, das ist auch unabhängig von der Eintracht, dass es einfach besser ist, da einen Schnitt zu machen und zu sagen, gut, wenn das jetzt eh hier eine limitierte Zeit ist, dann machen wir lieber direkt den Schritt und ich denke, dass man bei Hertha BSC auch ganz klar gesehen hat, dort braucht es Führungspersonal, das Erfahrung hat, damit eine Mannschaft aufzubauen und erfolgreich zu machen, dies hat man nun mit Freddy Bobic auserkoren und deswegen bin ich absolut, also wenn man sich überlegt, dass die Hertha, jetzt ist das natürlich nix, Freddy Bobic garantiert ja keinen Erfolg, aber ist nun mal ein guter Mann. Wenn man sich jetzt überlegt, dass die Hertha, sagen wir zur Auswahl hat, vier, fünf Millionen bezahlen und dann potenziell direkt eine deutlich bessere Saison spielen und nochmal, Freddy Bobic garantiert keinen Erfolg oder im selben Setup in diese Saison zu gehen, wie jetzt mal aus dieser Saison rausgeht, in die neue Saison zu gehen, da glaube ich, dass man bei der Hertha da nicht die Füße stillhalten wird, sondern versucht, Freddy Bobic zu holen, das ist auch für den Verein auch an dieser Stelle das Bessere und deshalb, wenn man einfach schon hört, für beide Vereine und für die beteiligte Person wäre es das Beste, den Transfer im Sommer durchzuziehen, dann denke ich schon, dass es passiert und wäre Schweinsteiger ein guter Nachfolger. Schweinsteiger wäre bestimmt eine repräsentativ gute Persönlichkeit, aber ihm fehlt da einfach die Erfahrung. Ich wüsste jetzt nicht, warum er da besser geeignet wäre als andere und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich werde jetzt hier keine Namen rumwerfen, aber ich bin ganz genau, der denkt ja, dass die Eintritte einfach jemand finden wird, einfach eine gute Person finden wird, die das Erbe antritt, ob von intern, aber irgendwer wird auch von extern kommen müssen, das ist ja kein Geheimnis und ja, ich bin eigentlich ganz guter Dinger, aber ich glaube nicht, dass es Sebastian Schweinsteiger führt wird. J. Vincent Music fragt, wie siehst du Chris Richards mit den Augen? Ausverteidiger, Innenverteidiger, langfristig bei Bayern, hat zwar einen Bock drin gehabt, spielt aber mit Ball am Fuß sehr gut, wie ich finde. Also Chris Richards darf natürlich absolut Böcke drin haben in seiner ersten Bundesliga-Saison und es wäre viel verrückter, wenn es nicht so wäre und prinzipiell bin ich da komplett beim Vincent. Das ist schon ein Spieler, der Potenzial hat, auf jeden Fall. Das ist einer dieser Spieler, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist so eine neue Generation Spielertypen, das ist auch so wie die Erlingbrodt Haarlands, das ist diese Generation Spieler, die einfach schon im Teenageralter mit Sport, Wissenschaft in Berührung gekommen sind, die ganz, ganz professionelles Leben von Anfang an leben und ich meine, der Mann ist knapp 1,90 Meter groß und 90 Kilo schwer, ist trotzdem schnell, beweglich, gut am Ball, kann also der Defensive außen und innen verteidigen. Ich glaube, dass seine Zukunft, ich glaube ja, dass generell, Pep Guardiola lässt ja derzeit gerne mit der Dreierkette spielen und den inversen Außenverteidigern und ich glaube, dass das die Zukunft ist, die viele, viele Leute gehen werden und ich glaube, dass ein Richards für so eine Dreierkette absolut prädestiniert ist und ich glaube auch, dass er auf Sicht beim FC Bayern spielt, die große Frage bei den Bayern und solchen jungen Spielern ist ja immer so ein bisschen, wann ist die Tür offen für den Spieler, dass er so viel bei den Münchnern spielen kann, dass es seiner Entwicklung weiterhilft und alles vorher ist halt schwierig und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass es irgendeinen Deal gibt, dass er noch weiter bei der TSG bleibt und auf Sicht dann zu den Bayern zurückkehrt, aber ich sehe da schon großes, großes Potenzial einfach und das ist ja auch bei dem Jungen kein Geheimnis, darüber reden wir schon seit ein, zwei Jahren. Marco Reus fragt und der hat entweder Scheune gefragt oder fragt nochmal, Markus Reus, nicht Marco Reus, ja der kommt nochmal, wie sind die Chancen der U21 bei der EM? Die U21 ist natürlich, also die U21 EM beginnt natürlich heute Abend, ist ja auch ein bisschen ein komischer Turnierverlauf, wie das ausgestreckt ist, zeitlich, aber das ist jetzt so und wie sind die Chancen? Die Chancen sind schon da, Deutschland hat ja eigentlich da immer ganz gut mitgespielt, klar ist aber auch, wenn man sich den Kader anguckt und dann mit anderen Nationen vergleicht, dann würde man schon noch andere Länder finden, wo man das Gefühl hat, ah ja, die Mannschaft ist schon etwas besser. Bei Deutschland macht man sich sicherlich sehr, sehr große Hoffnungen dank Yusufa Moukoko und ich glaube das auch nicht unverdient, auf der anderen Seite jemanden bei so einem Turnier dann ganz eng unter die Lupe zu nehmen, unter das Mikroskop die ganze Zeit drauf zu gucken, mal schauen, meine Favoriten sind wie immer Spanien, weil sie einfach dazugehören, weil Spanien einfach auch gerade im U-Bereich mit diesem eingespielten System, das von unten herauf aufgebaut wird, in den letzten Jahren häufiger ein Wettbewerbsvorteil hatte und Wettbewerbsvorteil hier überhaupt nicht unfair oder irgendwie zu sehen, sondern einfach, weil sie besser arbeiten im Jugendbereich. Ich denke, die holländische U21, die niederländische ist stark, England ist natürlich immer stark, aber auch die Franzosen, also wenn du dir wirklich anguckst, also den französischen Kader sich anzugucken, das ist, also gefühlt ist der besser als viele A-Nationalmannschaften oder als drei Viertel der A-Nationalmannschaften auf diesem Planeten. Das meine ich komplett ernst. Und demnach muss einfach Frankreich da wieder Top-Favorit sein, ob man das will oder nicht. Ich glaube nicht, dass Frankreich es unbedingt gewinnt, weil häufig ist es so, wenn jemand so ganz klarer Favorit ist, dann kann man ja nur verlieren. Und für mich ist Frankreich der ganz klare Favorit. Es ist sehr, sehr spannend. Klar ist, ich habe richtig Bock drauf und ich werde es heute Abend, denke ich, eigentlich auch gucken. Geht er gegen Ungarn los und ja, warum denn nicht? Irgendwie habe ich da Gefühle für, für diese Truppe und ich kann euch nur empfehlen, geht gerne mal die Kader durch, denn auch der portugiesische Kader ist stark. Die Kroaten haben ein paar richtig interessante Spiele und vom Gefühl her dürfte es eine der bestbesetzten U21-EMs aller Zeiten sein, aber vielleicht liegt es auch daran, dass man heutzutage einfach mehr von jungen Spielern weiß, als es vielleicht vor zehn Jahren war. Dark Eagle, wer war der unverdienteste, in Anführungszeichen, Weltfußballer und welcher Spieler hätte mal gewinnen sollen? Welcher Spieler hätte mal gewinnen sollen? Da gibt es sicherlich, sicherlich einige Spieler und ich glaube, das ist da unfair, einen großen Kandidaten rauszuholen, rauszuheben. Ich meine, alle Bayern-Fans werden Franck Ribéry rufen und da haben da sicherlich auch bedingt recht. Ich glaube, man konnte in diesem Jahr sicherlich irgendwie argumentieren, dass Franck Ribéry ein verdienter Sieger gewesen wäre. Ich glaube, 2013 war das Jahr und wer ist der unverdienteste aller Zeiten? Michael Owen 2001 vielleicht, dass, wenn mich nicht alles täuscht, haben die in der Saison UEFA Cup, League Cup und der FA Cup gewonnen und er hat irgendwie 20 Buden gemacht oder so? Also, und vielleicht auch Luka Modric 2018 und da meine ich jetzt auch gar nicht, dass er unverdient, unverdient per se war, aber ich glaube halt, dass das so ein bisschen eine Wahl war, die auch ganz stark an den Umständen hing und zwar, dass die ganze Welt müde davon war, dass Messi und Ronaldo jedes Jahr das Ding gewinnen. Dann hat er mit Real alles gewonnen, zieht mit Kroatien ins Finale der WM ein und dann wurde er da so ein bisschen stellvertretend, hatte ich das Gefühl, gewählt. Man hat so geguckt, wer könnte es denn sonst sein außer den beiden und dann wurde es halt er. Ist in Ordnung, er war sicherlich einer der besten Spieler der Welt, war er der beste Spieler der Welt 2018? Wahrscheinlich eher nicht, aber ich finde, dass wir keinen so 100% unverdienten und verdienten hatten, wo man sagen muss, was hat die Leute denn da geritten? Also, das würde ich nicht sagen. Aber ja, Sarijamo fragt, kommt die EM für Musiala und wird's nicht etwas zu früh? Meines Wissens sind sie noch nicht dabei bei der EM. und durch die letzten 15 Jahre Jogi Löw eine Sache ist hängen geblieben bei mir und die ist, dass Jogi Löw sehr, sehr gerne als der erfolgreichste deutsche Nationaltrainer aller Zeiten in die Geschichte eingehen will oder einer der besten deutschen Nationaltrainer aller Zeiten. Deshalb glaube ich, das ist jetzt wirklich nur Meinung, das ist reinste Meinung, ich glaube, dass Jogi Löw mit dem stärkstmöglichen Kader zur EM fahren wird und ich glaube, dass ein Thomas Müller dabei sein wird und zumindest einer der beiden Innenverteidiger und es würde mich nicht überraschen, wenn Wirtz oder Musiala dann nicht dabei sind. Musiala vielleicht, könnte ich mir schon vorstellen, dass man ihm da was versprochen hat wegen des Festspielens. Worauf ich mal hinaus wollte, ist, ich bin der Meinung, dass er den bestmöglichen Kader nominieren wird und dass er eben nicht das Ganze mehr so handhabt, wie er es vielleicht früher gemacht hat, wo er junge Spieler mal mitgenommen hat, auch wenn die noch gar keine große Rolle gespielt haben, weil er wollte, dass sie früh ein Gefühl dafür entwickeln. Das muss er nicht ja machen, denn er übergibt ja nach der EM und deshalb würde es mich gar nicht wundern, wenn die beiden am Ende nicht dabei sind oder nur einer von beiden. Und wäre es zu früh, ich meine, wenn man in einer Situation ist, wo die beiden zu den besten Spielern in der Bundesliga gehören und das auch dann in der Schlussspurt der Saison beweisen, dann gibt es keinen zu früh. Ich meine, wenn die Jungs eine Bundesliga-Saison spielen können, jetzt mal wird es ja raus oder angeschlagen noch, aber wenn die beiden eine Bundesliga-Saison spielen können, dann verstehe ich nicht, warum sie nicht in einem Kader stehen sollen, der Deutschland bei der EM vertritt. wenn das die besten Spieler sind, dann ist das für mich einfach vollkommen in Ordnung. Und auch dieser Gedanke in meinen Augen, dass junge Spieler, das kommt zu früh oder sowas, da widerspreche ich einfach immer. Ich meine, es kann natürlich zu früh kommen, aber Florian Wirth hat jetzt anderthalb Bundesliga-Saisons gespielt und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, war zwei Spiele raus mit Knieproblemen und das letzte Spiel, das er dann ausgefallen ist, war jetzt Corona-bedingt Anfang März, ist aber schon gegen Hertha 19 Minuten dabei gewesen wieder, also fit und warum denn nicht? Also ich wüsste nicht, warum das zu früh sein sollte für Wirth oder Musiala, wenn sie die Leistung bringen und das ist aber das große Ding, denn ich finde, dass Florian Wirth, auch wenn man weiß, dass er ein Riesentalent ist, hat er jetzt in den letzten Wochen nicht unbedingt so gespielt, dass man sagen muss, er muss unbedingt mit zur EM, dann doch eher Thomas Müller. Malte fragt, was jetzt von einer Aufsteckung der Profi liegen auf 20 Vereine, wie es in Resteuropa üblich ist und wenn ja, was würdest du an Absteiger und Aufstiegsregelung dafür ändern? Das Zweite muss ich nicht beantworten, weil ich bin nicht dafür und ich glaube, ich habe schon ein paar beantwortet, deswegen halte ich es kurz. Ich glaube, dass es einer der wichtigsten Vorteile ist in Europa, dass Deutschland nur 18 Mannschaften hat und nur einen Pokalwettbewerb, nicht wie zum Beispiel in England, wo sie noch diesen zweiten Fantasiewettbewerb haben. Ich finde, man hat immer wieder gesehen, dass englische Mannschaften komplett auf den Zahnfleisch gehen in der K.O.-Phase der Champions League und des UEFA Cups und ich glaube, dass die Bundesliga durch die 18 Mannschaften da einen Vorteil hat und alleine deshalb würde ich es einfach nicht verändern wollen. Ich glaube, dass wir genug Fußball haben und dass mehr Spiele der Qualität der Bundesliga und mehr Mannschaften ganz, ganz sicher nicht beiträglich wären oder zuträglich wären und deshalb von meiner Seite dagegen. Paul Epps fragt, wie wird die Frage des Tages bestimmt? Weicht ja manchmal von eurer Lieblingsfrage ab. Der Herr One Football schickt die mir. Nee, das ist, ich such sie nicht aus. Mir kann ich natürlich so nicht sagen. Ich kriege sie zugeteilt. Marco Reus fragt, kann der Fußball in den USA den Baseball ablösen? Ey, ich weiß, warum du das fragst. Zu allererst mal an dieser Stelle, das waren die Fußballfragen, jetzt noch die und eine zweite Off-Topic-Frage, dann sind wir durch für heute, aber ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Kann der Fußball in den USA den Baseball ablösen? Das weiß ich nicht. Ich möchte aber noch mal kurz auf Baseball eingehen, weil als ich gesagt habe, es ist eine sterbende Sportart, habe ich da viel Ärger bekommen online. Und da möchte ich dazu sagen, vielleicht ist es keine sterbende Sportart, die MLB allerdings ist eine sterbende Liga. Das lässt sich nicht leugnen. Das weiß jeder, der sich mit dem Sport auseinandersetzt. Warum das so ist, verschiedene Gründe und bin ich kein Experte für. Das wollte ich nur mal gerade rücken, es ist kein sterbender Sport, aber es ist eine sterbende Liga. Definitiv. Kann der Fußball den Baseball ablösen? Ich meine, der Fußball macht schon jetzt endlich in den USA die Entwicklung durch, aber das ist so ein bisschen wie der Wedding hier in Berlin. Man sagt seit drei Jahrzehnten, der kommt und nichts passiert. Also vielleicht, vielleicht schon, aber prinzipiell erstmal nicht. Die letzte Frage ist das Comeback von MC Butterbirne. Off-Topic. Ranking nach Qualität am Peak LeBron, Kobe, Jordan und Dirk. Qualität am Peak. Das hat jetzt nichts mit Sympathie zu tun, sondern nur nach der reinen Qualität. Dirk auf der Fünf, bester Europäer aller Zeiten, auch wenn es dann einen gewissen Griechen geben soll, der da gerade schon streitig macht und dann in Slowenen, der es direkt danach nochmal streitig machen könnte. Kobe an drei. Einfach weil er, ich meine, ja, Kobe war Force of Nature, der Mannschaften alleine durch eine Playoff-Runde spielen konnte. Und wir reden halt hier schon von den aller, allerbesten. Auch wenn es hier wehtut, Kobe einzeln sortieren. Auf drei ist es halt so. LeBron auf der Zwei, denn LeBron hat jetzt einfach über 10, 15, 18 Jahre bewiesen, dass er eine Mannschaft in die NBA Finals führt. Ganz einfach. Mitspieler, klar, der gute Mitspieler, immer wieder, aber auch immer wieder unterschiedliche, die rotieren durch und er hat gezeigt, dass er mit allen Titeln gewinnen kann. LeBron ist ein unglaublicher Spieler. Für mich vielleicht schon, wenn man dann auf das Gesamtwerk guckt, der Beste aller Zeiten, aber im Peak ist er der Zweitbeste und Michael Jordan natürlich der Beste. Bei Michael Jordan eben tatsächlich nur Scotty hatte in weiten Teilen des ersten Triepeats und ob das so stimmt. Aber Jordan war natürlich einfach absolut unglaublich und der beste, der beste Klatschscorer, den die Liga jemals gesehen hat und deshalb ist er an der Eins. Also Nowitzki, Shoutout on Big Dirk auf der Vier, dann Kobe, dann LeBron, dann Jordan und das war's für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.